Ein Euro. Oh, danke, ich habe Zeit genug. Hallo, ich habe tagelang nichts gegessen. Das bringt nichts. Ich persönlich mache Intervallfasten. 16 Stunden nichts essen, dafür dann aber 8 Stunden ganz normal essen. Ist auch besser für die Figur. Aber trotzdem viel Erfolg. Wo sitzen Sie denn? Passen Sie ja auf, dass Sie es nicht an den Ichers kriegen. Also ich habe zu Hause so einen Ledersessel mit Massagefunktion. Viel besser kann ich Ihnen sagen. Hallo. Hi. Hey, ich finde Hipster auch ganz cool. Aber für mich persönlich wäre das nichts. Ich glaube, ich bin zu konservativ dafür. Aber trotzdem mein Modig. Hallo. Hallo. 50 Euro. 50 Euro. 50 Euro. Gut. Wegen der Inflation. Ach, nehmen Sie 100. vehicles in Deutschland. 5 Euro. Für mich. 5 Euro. Also, Sie sehen Sie am Werkzeug. Sie sehen uns zum Beispiel die Klimmusik von можно ein, aber hoch und STEMみ Eintrom us so schnell inereal Leben, Anyone kommt so einfach jeden Blche in den